Hey, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Tipps-Video. Heute geht es darum, wie findet man eigentlich die besten Builds und die besten Item-Bilds in diesem Game. Was bauen die Profispieler, was bauen die besten Spieler ihre eigenen Klassen? Viele Leute wissen das nicht und fragen mich immer wieder on-stream. Und heute zeige ich euch, man geht einmal hier auf diesen Knopf in der Mitte. Zack, hier ist man jetzt drauf, da kommt dann so eine Liste, welcher Platz man ist, bla bla bla. Und dann habt ihr auch hier direkt, wenn ihr auf Champions geht, könnt ihr einmal auf Rang gehen oder auf Champions. Also wir sind jetzt auf Champions hier. Habt ihr hier eine Liste mit allen Helden. Dann schaut ihr mal runter, seid ein Bug mit zu vielen Anfragen. Ihr seid gerade angefangen, habt einen Helden neu gekauft und geht zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt mal Corki lernen. Corki ist ein cooler Held, möchte ich gerne lernen. Klickt ihr auf Corki und dann habt ihr hier eine Liste von den Leuten mit den meisten Mastery Points. Das bedeutet, diese Leute haben den Helden mit am meisten gespielt und haben mit am meisten Winrate auf diesen einzelnen Helden. Oder sind eine besonders hohe Elo. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel jetzt hier auf dieses Büchlein klicken. Das ist hier an der Seite. Ba 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 ba, da ist ein kleines Buch. Und da klickt ihr drauf. Zack. Und dann habt ihr einfach eine Liste und seht, okay, das baut der beste Corki-Spieler oder der höchste Corki-Spieler mit den meisten Mastery Points auf dem Server. Jetzt kommt aber das Ding. Ihr solltet euch nicht nur dieses eine Bild anschauen. Schaut euch alle Bilds an. Zumindest so die Top Ten. Schaut euch hier mal rein, was baut der? Okay, der baut auch das. Hm, der baut auch was ähnliches. Der baut auch was ähnliches. Und dann solltet ihr einen Trend entdecken. Ihr solltet sehen, okay, diese Items sind irgendwie immer mit im Bild dabei. Bei Corki wäre es ja zum Beispiel Trinity Force, Infinity Edge, Blade of the Ring King, Rapid Fire Cannon. Dann schaut mal weiter. Okay, hier ist kein Blade of the Ring King dabei. Hier ist auch kein Blade dabei. Hier ist auch kein Blade dabei. Aber ihr wisst schon mal, ungefähr welche Items ihr kaufen solltet. Hier habt ihr zum Beispiel ein Standardbild wieder. Und dann kauft ihr euch das nach. Ihr baut dann dieses Bild nach und probiert aus, ob es für euch gut funktioniert. Wenn dieses Bild sagt, okay, das funktioniert irgendwie für mich nicht so. Ich will gerne was anderes probieren. Dann geht ihr mal auf diesen Platz und probiert es einfach mal mit Klinge des gestürzten Königs aus. Müsst ihr nicht nur, wie gesagt, nehmt nicht nur das oberste Bild. Schaut alle ein bisschen durch. Guckt mal rein. Welche Bild sind ungefähr ähnlich. Denn es sind auch Leute drin, die trollen einfach nur komplett rein. Wir schauen mal, ob wir da einen finden. Wir gehen mal auf Yasuo. Yasuo-Bild sieht solide aus. Gehen aufs nächste. Irgendwo wird man ein Träubild finden. Aber ihr wisst, ja. Achtet darauf, dass ihr ungefähr immer ähnlich Items baut. Hier ist kein Trollbild dabei. Das ist nämlich das Problem, dass viele Leute einfach komplett reinrollen. Ich kann es euch so zeigen, ja. Was ich erwähnen wollte. Wieso steht bei manchen dabei, sie gehen Full Ability Power Yasuo? Das liegt daran. In dieser Liste. In dieser Liste wird immer das oberste Bild angezeigt. Ihr habt ja drei Bilds, die ihr euch anpassen könnt. Und ich gehe jetzt auf Crit Kämpfer. Und hier ist einfach mal ein Full Ability Power Bild drin. Ja. Das habe ich reingemacht, einfach nur ein bisschen zum Trollen. Dieses Bild, ja. Was absoluter Mist ist. Was ihr nicht auf Yasuo spielen solltet. Wird angezeigt, wenn man auf die Rangliste geht. Und dann auf meinen Namen bei Yasuo drückt. Deswegen solltet ihr vorsichtig sein. Und einzelne Bilds nicht sofort kopieren. Sondern immer ein bisschen durchschauen. Wo sind die Bilds ähnlich? Was wird ähnlich gebaut? Was wird anders gebaut? Was wird besser gebaut? Ja. Zum Beispiel hier. Der zweitbeste Ezreal auf dem Server spielt anscheinend Mana. Also die Träne. Und viermal Infinity Edge. Totaler Schwachsinn. Deswegen nochmal, ja. Schaut alle Bilds durch. Oder zumindest die Top 10. Und guckt raus, was eventuell zu eurem Playstyle passen könnte. Und dann kopiert das Ding. Ja. So könnt ihr Bilds nachschauen. Verhältn, die ihr gerade lernt. Verhältn, die ihr gerade lernen wollt. Ja. Ist eine gute Sache. Und dann bedanke ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.